TrainSimWorld 2 Willkommen bei TrainSimWorld 2, einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahnsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Man muss stetig auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, unten, links und rechts. Außer dem Fahren von Zügen gibt es viele Anforderungen für die Bewegung zu Fuß. Bewegen Sie sich jetzt. Dies ist eine von vielen Nebenaufgaben. Aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Sollten Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die weiße Nadel zeigt Ihre derzeitige Geschwindigkeit. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Dies ist die Richtungswendeanzeige. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral an. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Dies sind die Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungsmenü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen möchten. Wenn Sie eine kleine Kampagne anbieten können, hierbei noch nicht so hoch ist. Was ist die Kampagne? Also, wenn Sie eine kreire? Die Brighton Mainline ist etwa 55 Meilen lang und bietet Expressverbindungen zum Flughafen London-Gatwick sowie Pendlerzüge zwischen Brighton und London-Victoria. Dieser Zug ist ein aus acht Wagen gebildeter Gatwick Express Class 387 Elektro-Triebzug. Train Simworld 2 bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl an verschiedenen Kameraansichten. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir diesen Zug erkunden. Die Brighton Mainline ist etwa 55 Meilen lang und bietet Expressverbindungen zum Flughafen London-Gatwick. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Willkommen auf der Brighton Mainline im Südosten von England. Hier können Sie eine der verkehrsreichsten Hauptstrecken Großbritanniens erleben, die die Hauptstadt mit dem Badeort Brighton über das internationale Drehkreuz des Flughafen Gatwick verbindet. Auf der Route können Sie Streckenkarten platzieren, Tourismusplakate anbringen, Zeitungsstände auffüllen und Möwenwarnschilder aufstellen. Wählen Sie zwischen Expresszügen nach Gatwick oder vollgepackten Pendlerzügen durch die britische Landschaft. Willkommen zu Brighton Mainline. London-Victoria-Brighton. Untertitelung des ZDF für funk, 2017